Hey draußen, ihr seid wieder und Flex von Strong & Flex TV und wir befinden uns bereits am Boden. Den haben wir bei dem Motion Workshop von Ido Portal. Da haben wir einen schönen Zugang zu bekommen zu dem Boden und wir zeigen euch einen sehr, sehr schönen Schulterstand. Unsere Movement Buddies, Chris & Chris und Kollegen, Personal Trainer Kollegen, die haben damit auch schon mal viel rumgespielt, aber irgendwie, ich weiß nicht, haben wir das als Humburg erachtet. Was machen wir hier für ein Quatsch? Jetzt haben wir das vom Ido sehr, sehr systematisch gezeigt bekommen. Das Geniale daran ist, dass du in diesen Bereich des Balancings, des Balancieren, reinkommst, dabei es ans Limit pushen kannst und trotzdem zu 100% safe bist. Es kann nichts passieren und es macht einfach Spaß damit, rumzuexperimentieren. Und das machen wir jetzt. Also der Flex befindet sich jetzt schon in Ausgangsposition. Das ist der Fisherman Squat. Das ist ein cooler Transition Move, um auch zwischen verschiedenen Bewegungen hin und her zu wechseln. Und er hilft uns jetzt extrem leicht, in den Schulterstand reinzukommen. Ich glaube, das ist so der zweite oder dritte Tag, wo wir uns jetzt mit dem Schulterstand rumprobieren. Dafür läuft es schon relativ gut, finde ich. Und deswegen ist es zwar noch nicht perfekt, aber es ist eigentlich schon mal ganz schön, wie man den Weg dorthin zeigen kann. Also wie gesagt, wir sind im Fisherman Squat. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir versuchen, mit der Schulter, mit der gleichen Schulter, vor das Knie zu kommen. Den Arm bringen wir nach hinten weg. Und der Kopf, der muss auf jeden Fall zur Seite. Also der muss gekliert werden. Der muss aus dem Weg, weil wir wollen ja auf der Schulter stehen. So, die andere Hand wird vor dem Körper platziert. Da ist es für euch wichtig, wir wollen durch diesen Aufbau ein Dreieck bilden. Wir wollen hier vorne den Kopf als Punkt, wir wollen die Hand hier als Punkt. Und dann hier hinten der Arm, beziehungsweise die Hand, die hier hinten mit drauf liegt, wollen wir auch noch als Stützpunkt haben. Und dann können wir uns versuchen, auf diesem Dreieck zu balancieren. Und das ist jetzt die einfachste Methode, um hier in den Schulterstand zu kommen. Das heißt, wir drücken uns langsam nach oben und da muss man jetzt auch gar keine Angst haben. Falls du jetzt das Gleichgewicht verlierst, verliere bitte mal das Gleichgewicht, zack, bist du einfach über die Schulter gerollt. Und musst dir nicht irgendwie Sorgen machen, dass dein Kopf aus dem Weg muss, dass du dir den Nacken irgendwie verziehst oder sonst was. Sondern du kannst hier relativ elegant aus der Situation rauskommen, über so eine kleine Rolle. Wichtig ist, dass du die Schulter unten nicht zu stark in Protraktion ziehst, nicht zu stark nach vorne, sondern mehr auf der Seite dich aufhältst. Und dann versuchst du, die Beine abzuheben und langsam in die Streckung zu kommen. Und wenn es einigermaßen gut klappt, kann man auch anfangen, mit den Beinen zu spielen. Oder eben auch versuchen, mit der vorderen Hand ein bisschen zu lösen und sich ein paar Finger zu nehmen. Dass wir einfach nur noch auf der Schulter und auf dem unteren Arm uns aufhalten und stützen. Ja, ich würde sagen, das sieht doch super aus. Genau, finde da dein Gleichgewicht, spiel da ein bisschen mit rum. Also ich finde es bombastisch gut dafür, dass es relativ neu ist, der Move. Ah, nice. Genau. Du hast gesehen, du kannst relativ einfach hier wieder über die Rolle rausgehen. Es ist wirklich die einfachste Form, den ganzen Spaß zu lernen. Und natürlich versuchen wir auch, beide Seiten zu machen, dass wir relativ ausgeglichen einhergehen. Jetzt kann man das nämlich nochmal ein bisschen schöner von der anderen Seite sehen. Genau, geh ruhig einmal drauf. Dann versuchst du hier hochzukommen. Und da ist ganz wichtig, versucht auch mal in die andere Richtung runterzufallen. Wenn du das nicht probiert hast, dann hast du auch nicht wirklich versucht, in diesen Stand zu kommen. Weil es ist tatsächlich der Punkt, wo du fast in die andere Richtung umkippst. Ja, sehr schön. Spielt ein bisschen mit dem Bein. Du musst natürlich extrem hier balancieren. Ah, schon wieder ein Finger. Sehr schön. Und mit der eleganten Rolle hier raus. Also das ist wirklich die einfachste Variante, das zu lernen. Du siehst, der Kopf ist aus dem Weg. Du bist wirklich nur auf der Schulter. Da kann man wirklich relativ schön dosiert das Ganze lernen und spielen. Und wie gesagt, hab keine Angst, hier umzufallen. Das ist safe. Da kommt dann die Rolle bei raus. Und du musst auch ein paar Mal umfallen, um zu verstehen, wie du dich denn überhaupt hier zu stützen hast. So, noch kurz ein paar ausleitende Worte. Das ist nicht nur ein mega genialer Weg, um in dieses Balance-Training, nennen wir es mal, reinzukommen. Sondern es öffnet auch so einiges im Rücken. Und es ist auch eine Nackenmassage für arme Leute. Ja, also es ist auch wirklich ein großer Wert für die Gesundheit da drin, was man ja auf den ersten Blick gar nicht meinen mag. In diesem Sinne brauchst du jetzt einen doppelten Daumen nach oben. Abonnier uns, falls du nicht getan hast. Hier unten kannst du auf Facebook oder Instagram vorbeischauen. Und hier bei zwei unseren letzten Videos reinklicken. Wir sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.